Normalerweise macht unser Marketing nur wenig für den Abverkauf von großen Softwarepaketen. Kleine Pakete werden gerne beworben, aber nicht die großen, die die wirklich umfassende Lösung bieten. Das ist Vertriebssache. Vor einiger Zeit aber kam das Marketing auf uns und meinte, hey, lasst uns nochmal was online machen. Und dann haben wir eine echt tolle Banneraktion gestartet, die gute Zahlen macht. Ich glaube, der Booman war da. Der Booman kommt, schlechte Werbung geht.